so da sind wir wieder wieder liebe zuschauerinnen und zuschauer zu den heutigen handelsideen am donnerstag den 18 oktober hier wieder zusammen mit ticmel ihrem broker für forex aktien indizes rohstoffe anleihen und kryptowährung ich heiße sie herzlich willkommen hier live im webinar wir gucken heute mal auf den dax wir schauen aufs öl da gab es ja gestern im öl ganz schön was an bewegung und dann als währungspaar habe ich heute eine interessante stelle im austral dollar us dollar für sie herausgesucht die für bewegung sorgen konnte oder schönen guten morgen und all diejenigen die hier live zuschauen gerne wenn sie einen wunschmarkt haben hier einfach im chat auf facebook posten und dann können wir das ganze miteinander auch besprechen auch die elena einen schönen guten morgen an dieser stelle wir gehen gleich rein ins webinar vorher zum risikohinweis der handel mit devisen und cfds auf margen kann zu verlusten führen sie riskieren ihr investiertes kapital zu verlieren ja gestern was war gestern gestern gab es zwei wichtige dinge gestern gab es zum einen ja gut okay es gab noch mehr als die zwei wichtigen dinge aber für den us mark für das öl für die allgemeinen index entwicklungen gab es halt gestern zwei sehr wichtige nachrichten das war einmal das fmc sitzungsprotokoll und dann war das der rohöl oder die rohöl lagerbestände in den usa die rohöl lagerbestände die sind deutlicher angestiegen als der markt das erwartet hatte was charttechnisch passiert ist das gucken wir uns gleich an ich hatte ja schon ein paar worte im vorfeld dazu gesagt wie die chart situation da war das zweite ist thema fmc sitzungsprotokoll ich muss jetzt mal kurz auf meinen spickzettel gucken es war so gewesen dass es also vom grunde genommen her schon sehr nah von den inhalten an dem war was der herr paul in seiner rede letzte woche ich glaube am mittwoch war es gewesen gesagt hat mittwoch oder donnerstag ich weiß es nicht mehr genau aber wir hatten letzte woche eine rede von herr paul wo es darum ging dass die zinsen doch deutlich stärker ansteigen könnten als das bis jetzt der fall gewesen ist als das der plan gewesen ist einfach aufgrund der tatsache ja dass der inflationsdruck zu stark zunimmt das heißt das war mal so die grundaussage das war eine negative überraschung für den markt und da ist der markt dann entsprechend auch in die knie gegangen das haben wir in der letzten woche auch gesehen das war letzte woche so jetzt folgendermaßen gestern wurde gesprochen jetzt schaue ich wirklich mal drüber es stand drin in der übersetzung die zinsen werden weiter angemessen auch über die neutrale rate hinaus angehoben um eine überhitzung zu vermeiden das ist ausschlaggebend wo man einfach weiß okay jetzt wenn die zinsen über die neutrale rate hinausgehen das ist dann halt die problematik wo der aktienmarkt sich finden muss und sagen muss okay was ist denn jetzt für mich interessant ist der aktienmarkt trotzdem noch interessant weil am zinsbereich gibt es ja auch gute gute rendite chancen also chancen risiko verhältnisse die werden hier neu ausgewogen und das wird hier für den aktienmarkt entsprechend die karten auch neu mischen und was es noch an informationen gab es gab anzeichen dass informationen investitionsentscheidung wegen der unsicherheiten im handelskonflikt aufgeschoben oder abgesagt werden also auch das sind dinge thema handelskonflikt das kommt so langsam aber sicher in der realen welt an und das kann halt auch die ein oder andere bremsspur in der wirtschaft hinterlassen weil wenn ist investitionen nicht getan werden entsprechend kann das auswirkungen haben das sind mal so die dinge dass hier entsprechend die sachen von der fed weitergegeben werden und dann haben wir noch das thema turbulenzen bei den schwellenländern da gab es ja einige problematische entwicklung bei den schwellenländern das sieht man ja auch an den aktienindizes wenn sie sich die mal anschauen von schwellenländern dass hier alles etwas unter druck geraten ist das ist keine einfache situation die jetzige zeit für diese schwellenländer und wenn es da turbulenzen gibt dann kann das halt auch die usa treffen und aus diesem grund muss man da auch sehr sehr genau drauf schauen das mal die nachrichten an dieser stelle von gestern nun schauen wir mal auf die heutigen tagesnachrichten was gibt es an wichtigen sachen wir haben zum einen um 10 uhr das eu gipfel treffen da kann es immer wieder informationen geben wir haben ja auch das thema brexit noch vor uns beispielsweise also all diese dinge die können für bewegungen an den märkten sorgen um 14.30 gibt es dann informationen aus den usa da gibt es den filifed herstellungsindex und es gibt um 14.30 noch das thema erst anträge auf arbeitslosenhilfe und im zusammenhang mit dem filifed index gibt es noch das den fett beschäftigungsindex und am nachmittag dann 15 uhr kurz vor markteröffnung und 17.30 gibt es zwei reden von fomc mitgliedern das also hier an dieser stelle und interessanterweise das habe ich mal mit reingenommen hier an dieser stelle gab es heute um 8 uhr den großhandelspreisindex für deutschland und hier sehen wir dass der zugenommen hat um 3,5 prozent also das ist schon beachtlich was hier auch an steigerungen da ist ich bin mal gespannt wie sich das auf die preisentwicklung entsprechend ja für die endverbraucher auch auswirken wird und damit rein in die charts ich hatte es ja gesagt wir schauen heute auf den wti den dax und den austral dollar us dollar ich habe jetzt hier gerade den austral dollar us dollar offen aus dem grund würde ich sagen gucken wir uns doch einfach mal an das teil hier was haben wir hier ich mache es mal größer dass wir es besser sehen können wir haben hier einen abwärtsgerichteten markt habe ich für sie eingezeichnet wir haben ein bewegungstief also ein trendtief hier bei 0,7 0,400 da haben wir auch eine einen schönen support also man kann wirklich sagen dieser support ist schon viermal jetzt getestet wurden also einmal war es das tief dann ist er getestet worden dreimal sozusagen und hat der markt jedes mal damit reagiert dass er auch im nachgang entsprechend angestiegen ist interessant zu sehen hat sich ein kleiner boden gebildet das kann sehr sehr positiv für die zukunft auch sich entwickeln hier mal spricht thema w formation das sieht man auch in der untergeordneten zeiteinheit also bewegung korrektur noch mal bewegung kein tieferes tief dann der schub nach oben das macht es interessant die schatzsituation wo wir jetzt stehen weil wir haben den widerstand hier oben diesen bereich wo der markt hier diesen aufwärtstrend gebrochen hat hier den ich für sie in dieser farbe hell mehr was ist das ein hellrot ein leichtes rosa bei 0,7 4,4 5 in diesem bereich also bitte nicht genau auch die marke nehmen sondern grob dieser dieser bereiche da sehen wir da sind die kurse die letzten tage ran gelaufen bisschen rüber gelaufen aber immer wieder ein bisschen zurückgekommen gestern haben wir den rückgang sehr sehr deutlich gesehen hier fallen jetzt einfach zwei dinge auf das erste ist das hier ist natürlich lediglich eine korrektur des übergeordneten abwärtstrends das passt so die korrektur ist jetzt bis in diesen widerstand rein gelaufen wenn wir das mal ausmessen an dieser stelle haben wir ungefähr hier in diesem bereich wo wir hier oben sind um die 0,71 knapp 8 also was haben wir hier 0,71 7,95 wollen wir mal die zahl vorlesen die am rande steht das ist ungefähr die 50 prozent marke ein level wo der markt auch gerne mal hin korrigieren kann wenn es weiter nach oben geht das heißt hier wird jetzt interessant was passiert ja und wir sehen jetzt hier die situation entweder der markt läuft oben drüber dann wäre eine stabilisierung oben drüber in der lage wie den markt hier oben erst einmal bis zum nächsten tages hoch zu bewegen das haben wir bei 0,71 9,75 an dieser stelle also das auf der oberseite der markt kann sich natürlich auch noch deutlich weiter nach oben ausdehnen und das ist das was ich als positives szenario sehe wenn man das ganze hier mal nimmt das als korrektur sieht und wenn wir dann wieder hochlaufen hier unten von dieser unterstützung von diesem drehbereich wo wir schon einmal auf gesetzt haben bei 0,70 9,80 das wäre interessant wenn der markt dann nach oben schiebt das wäre ein positives szenario da schauen wir dann aber mal in den stundentrend hin und andererseits wenn wir das ganze teil hier mal auf tagesbasis betrachten und der markt prallt wirklich von hier oben ab läuft also unter das tief von gestern dann setzt sich die abwärts dynamik fort die wir hier gestern gesehen haben und das wäre sozusagen hier dann die umkehr kerze die short umkehr kerze das signal aus der korrektur heraus nach unten zu traden wenn das getriggert wird dann haben wir die kurse nach unten laufen nächster anlaufpunkt hier das tagestief vom 15 10 um die 0 7 0 9 8 0 und dann geht es hier schon nach unten weiter bei trend fortsetzung wäre erst mal die marke hier unten bei 0 70 400 auch als anlaufpunkt zu sehen so jetzt nehme ich mal kurz dieses fibonacci retracement raus was ich ein bisschen eingepasst habe und wir gehen mal in den chart der stunde rein um uns das ganze hier ein bisschen individueller anzuschauen das heißt was wir hier entsprechend sehen ist folgendes das was jetzt die letzten tage hier oben raus ging hat sich wiedergefunden in einem abwärtstrand der dann diesen aufwärtstrand ich muss das mal glaube ich ein bisschen kleiner machen dass wir mal sehen also hier hat man diesen aufwärtstrand der den markt nach oben geschoben hat der hat hier seinen peak gefunden dann hat diese bewegung das ganze teil hier gebrochen also hier lief der markt dann tatsächlich raus beziehungsweise aller spätestens dann hier aber hier hat man höheres hoch als hier also hier war das echte korrektur tief das hat der markt gebrochen hat korrigiert hat dann einen abwärtstrand gebildet und dieser abwärtstrand ist dann gestern auch wieder gebrochen wurden wird jetzt entsprechend diese bewegung korrigiert fernando einen schönen guten morgen die korrektur der bewegung da kommt jetzt darauf an was passiert wenn der markt hier nämlich wieder herumträgt und nach oben läuft in dieser richtung hier hoch dann wäre das ein indiz dafür dass wir durchaus höhere kurse sehen könnten das heißt dass wir erst einmal wenigstens diesen bereich hier oben wieder testen und wenn darüber dann eine stabilisierung erfolgt dann könnte es deutlich weiter nach oben gehen für diejenigen die das ganze im kurzfristigen bereich traden die könnten jetzt hier sagen ah wunderbar der abwärtstrand ist erst einmal gebrochen wir nehmen jetzt mal diese dynamik hier hoch und würden sagen okay was passiert denn jetzt an dieser stelle möglicherweise bildet sich hier ein korrekturmuster nämlich eine flagge in diesem bereich ich ziehe das mal ganz kurz runter so also das ist jetzt sozusagen mal hier so die flagge die sich als korrekturmuster dieser steilen bewegung bildet wohlwissend hier gibt es noch keinen aufwärtstrand wirklich das ist für sehr aktive trader auch geeignet dieses setup wenn der markt hier rumträgt und oben drüber raus läuft dann 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 wäre das ein indiz dafür dass man kurzfristig ein stück weit nach oben mitnehmen kann da kommt es immer darauf an was macht der markt dann hier oben aber wenn wir uns das mal in den kleineren zeiteinheiten anschauen in den 5 minuten hier haben wir schön den abwärtstrand laufen den sieht man sehr sehr schön wenn der entsprechend gebrochen wird hier können wir mal noch etwas die anpassung machen hier sehen sie ja was hier an dieser stelle entsprechend auch passiert kleinen augenblick so hat das ganze mal hier so rangelegt wenn der markt jetzt hier oben drüber läuft das heißt diesen abwärtstrand bricht also hier oben drauf läuft dann korrigiert und dann nach unten läuft also ich mache das immer so ich warte wirklich in diesen fällen ab bis wirklich hier ein aufwärtstrand entsteht dann haben wir schon die chance die chance dass der markt erst einmal ein bisschen nach oben läuft anlaufpunkte hier wir sehen es im 5 minuten chart also die marken die wir hier im system haben hier da ist dann drüber dann haben wir hier ein hoch dort ein hoch hier oben die hoch das sind die anlaufpunkte mal für den kurzfristigen bereich und das wären dann sozusagen die marken die wir hier in der stunde nach oben anlaufen können zack stück für stück auch mit nach oben ich nehme mal kurz dieses muster hier raus und das wäre dann der punkt den man da in kleinen kurzfristigen bereich durchaus auch umsetzen kann wenn der markt das ganze mitspielt vorteil hier wenn der markt wirklich auch rumdreht man hat im kurzfristigen bereich auch sehr nahe ziele ja das ist ja ganz ganz wichtig dass wenn man im kurzfristigen bereich tradet die ziele nicht zu langweil viele trader haben ja dann den anspruch jawohl ich gehe jetzt hier unten rein da dreht der markt rum da kommt mein signal im 5 minuten chart und mein ziel naja ich bin ja guter trader das lege ich mal hier oben hin der korrigiert bis hier hoch der markt das wird nicht funktionieren also in diesen bereichen wirklich bitte auch darauf achten immer auf den markt schauen und was auch überhaupt an potenzial drin ist weil wir sind übergeordnet noch in einem abwärtstrend wenn wir jetzt long traden wissen wir ja was wir machen wir traden lediglich die korrektur und das ist halt einfach wichtig dass sie sich dort wirklich eng entsprechend absichern und auf die chartlage immer auch aufpassen so dass also zum währungspaar austral dollar und us dollar und dann schauen wir jetzt einmal in die indizes beziehungsweise rohstoff ecke rein ich fange mal hier an dieser stelle mit ja mit was soll ich anfangen ich habe noch wdi und dax schauen wir mal wir gehen erst mal in das wti rein würde ich sagen so wti der liebe gute ölpreis der hat uns ja schon oft den gefallen getan schöne korrekturmuster zu machen und dann entsprechend diese korrekturmuster zu bestätigen wir hatten das beim letzten mal gehabt hier innerhalb dieses bestehenden aufwärtstrends hat sich hier ein dreieck gebildet immer innerhalb des aufwärtstrends ein bolisches szenario zag nach oben und hier das finde ich so cool haben wir mal echtes beispiel dass das gleiche muster in einer anderen verortung sehr wohl auch sehr schön funktionieren was haben wir hier an funktionen gehabt wir haben gestern schauen wir mal ob das war die falsche richtung wir haben gestern das ganze sehr schön gesehen hier habe ich mal den abwärts laufenden markt eingezeichnet hier schön die korrektur korrekturmuster was haben wir ja wohl ein symmetrisches dreieck innerhalb des abwärtstrends ist das bärisch zu sehen da schreibe ich übrigens gerade einen artikel im traders magazin dafür also wenn das interessiert nächstes traders magazin meint in zu zeichen schauen da ist das ganze auch erklärt so also hier punktuell haben wir das dreieck bullisch hier bärisch hier ausbruch kam gestern hervorragend für diejenigen diesen schweden konnten ist kein problem keine bauchschmerzen damit haben dieses muster kann häufig noch deutlich mehr an bewegung bringen oder nach einer tiefen bewegung einfach ein bisschen was an korrektur erübrigen so und da gucken wir jetzt einfach mal in den chart nach potenzial und wenn wir uns das ganze anschauen wir haben sowohl nach unten als auch nach oben potenzial das heißt wenn wir hier gestern nur einen starken rutsch gesehen haben also das heißt eine überverkaufte situation entstanden ist dann könnte es durchaus sein dass die händler heute wieder zugreifen und hier das ganze erst einmal nach oben wieder aufkaufen erst der anlaufpunkt hier 70 69 das ist mal der widerstandsbereich der jetzt da ist das war vorher ein support und das ist hier sage ich mal dieses tief dieser bewegung wo dann die korrektur auch eingesetzt hat das ist die marke die wir hier jetzt nach oben hin anlaufen können wenn der markt etwas in den korrektur modus geht bleibt er aber schwach läuft hier nach unten schauen wir mal hier haben wir das tagestief von gestern das wurde gestern schon mal angetriggert das hat dann für ein bisschen support gesorgt heute wurde es auch angetriggert hat auch erst einmal für ein bisschen support gesorgt aber wenn das teil dann bricht dann ist der nächste anlaufpunkt hier hier unten haben ein paar tagestiefs liegen um die 68 57 und dann haben wir hier unten noch eine marke liegen da ziehe ich mal kurz die linie um hier unten hin da haben wir die marke von knapp 68 us dollar da ist ein tief aus diesem aufwärtstrend da könnte es auch zu support kommen beziehungsweise dann der nächste punkt ich mache das ganze mal noch grün sind ja auch möglichkeiten einer unterstützung der markt kann ja an dieser stelle drehen so wie wir das gestern auch gesehen haben dann haben wir hier als nächsten anlaufpunkt auf der unterseite selbstredend noch das tief was wir hier unten hatten wo dieser aufwärtstrend der hier drinnen gewesen sich gebildet hat und das sind kurse um die 67 20 67 21 also das mal mit blick nach unten wenn das ding dann auch bricht naja das wäre dann nicht so schön für long trades für gold öpreis entwicklung nach oben hin hier hätten wir dann den punkt das heißt das schöne was wir uns hier entwickelt haben also diese bewegung diese korrektur diese lange bewegung wenn wir hier unten drinnen reinlaufen dann wäre auch dieser übergeordnete etwas größere trend definitiv gebrochen das was wir hier sehen ist ja sozusagen der trend der bewegung dieses armens hier und der wird jetzt einfach tief korrigiert das müssen wir einfach im hinterkopf behalten um zu sagen was ist denn jetzt hier und können wir überhaupt noch long szenarien spielen im mittelfristigen zeitraum oder sollte man sich hier auch die schwarzen szenarien einrichten ich persönlich bin eher ein freund davon zu sagen okay die wirtschaft wird sich auch weiterhin noch gut entwickeln wir sind hier noch nicht in dem bereich wo die wirtschaft abgewürgt ist und wir weniger von diesem schmierstoff brauchen das wird sich ändern apropos schmierstoff hier in diesem in diesem punkt habe ich gestern auch einen interessanten artikel gelesen schmierstoff für die wirtschaft der zukunft ist nicht das öl sondern ist hier die chip industrie heißt also ki künstliche intelligenz also ich bin mal sehr gespannt was da in diese richtung noch kommt wir schauen jetzt hier noch mal in aller ruhe in den stunden trend rein weil das ist ja das was wir hier beim öl im kurzfristigen bereich auch immer wieder im kopf haben müssen und das ist hier was wir hier sehen schauen wir mal was sich hier entwickelt wir haben jetzt hier in diesem bereich den schub entsprechend auch nach unten wir haben hier unten einen boden und hier kriegen wir sozusagen von oben so das ganze ding keil für mich nach unten rein haben keile werden gerne auch mal nach oben verlassen das heißt man muss hier wirklich auch sehen was hier passiert wenn der druck unten zu stark wird dann brechen wir unten durch das ist ganz klar das muss man einfach so akzeptieren das wäre dann wirklich der schub hier nach unten was aber auch gut und gerne passieren kann ist wenn wir hier so einen teil haben gut die verordnung ist jetzt hier im abwärtstrend aber der bruch nach oben könnte im abwärtstrend dafür sorgen dass dieser schub nach unten weiter nach oben korrigiert wird das muss man einfach auf der uhr haben das heißt hier unten schauen wir hier haben wir ungefähr den boden an dieser stelle erreicht so in diesem bereich ich denke mal sie sehen was ich damit meine und von oben her kommt halt entsprechend der keil und wenn der keil hier nach oben verlassen wird dann wäre das hier mal eine ausnahmesituation weil diese keile entsprechend wenn sie über die oberseite verlassen werden dann beenden sie diesen abwärtstrend und das ist dann der punkt wo man sagen kann jetzt kommt ein bisschen korrektur da kommt dann diese linie hier oben die ich eingezeichnet habe um die was ich habe schon wieder den wert vergessen müssen wir kurz in die in den tag gucken was haben wir hier 70 69 das wäre dann tatsächlich ein gut und gerne anlaufbarer bereich ansonsten wenn die schwäche da bleibt dann wird das ding irgendwann abverkauft und dann haben wir den weg nach unten also der stundentrend ist hier auch wieder sehr sehr interessant entsprechend zu sehen weil wir hier natürlich das ganze ja fallend von oben haben das heißt der druck von oben nach unten wird immer stärker die schwankungsbreite wird hier immer kleiner und wie gesagt wenn wir nicht den schub nach oben bekommen dann ist es sehr wahrscheinlich dass das ding nach unten entsprechend weg bricht das wäre dann das bärische korrekturmuster sozusagen und das ist genau das was wir hier sehen also wir sehen fallende hoch das ist ein indiz dafür dass keine käufer mehr da sind hier unten haben wir den bogen drüber und wenn das ding dann wirklich bricht dann wäre es die bestätigung dieses bärischen signals und das können wir gerne auch mit auf der uhr haben also das zum öl und jetzt gehen wir noch in den dax hinein und den schauen wir uns auch mal an zum thema dax die situation bei den indizes ist ja gerade gar nicht so einfach psychologisch teilweise auch sehr sehr anspruchsvoll aus diesem grund reden wir morgen mal ein bisschen über psychologie hier im trading auch angepasst auf die jetzige situation weil ich das durch ein paar händler die ich betreue auch jetzt gerade auf der live mitbekomme welche sag ich mal hausaufgaben hier jetzt gemacht werden sollten damit man auch wirklich ruhig bleibt so was haben wir jetzt im dax ich mache es mal kurz noch etwas größer also definitiv übergeordnet der abwärtstrend hier diese grüne linie ich habe das mal als grün gemacht das war diese wichtige marke diese nackenlinie dieser schulterkopf schulterformation von 11.800 punkten dort sind wir jetzt mustergültig reingelaufen der dax hat sich zuerst ein bisschen geziert hier wirklich hoch zu kommen die marke hier unten von 11.400 um die 30 punkte war eine wichtige marke also ungefähr 11.400 punkte da ist der markt reingelaufen hat immer wieder hochgespiked aber es gab nicht wirklich preisfortschritt aber hier haben wir dann den schönen schub nach oben gesehen am mittwoch und am dienstag und am mittwoch sind wir hier in dieser 11.800 marke geblieben wieder ein stück drunter gelaufen aber wieder hochgekommen nach den positiven entwicklungen am us markt und jetzt laufen wir schon wieder runter das heißt was wir hier sehen können ist wer das ganze einfach nur aus trendtechnischer sicht betrachtet der hat hier an dieser stelle sein erstes umkehrsignal ich mache es mal hier zack das ist entsprechend das erste umkehrsignal da kam der tag allerdings auch ein stückchen wieder hoch aber wenn das ganze ding wirklich bestätigt wird dann ist die möglichkeit gegeben dass wir erst einmal runter laufen anlaufpunkt hier unten das tagestief bei 11.592 das wäre mal der punkt hier unten sie sehen es auch an den linien die ich gemacht habe was jetzt hier passieren kann ist dass wir runter laufen wieder mal noch mal diesen bereich und testen und dann hochlaufen das wäre positiv zu sehen da gehe ich auch morgen in der großen indexanalyse noch mal drauf ein das weiß ich nicht ob wir das heute schon sehen aber das von der von der reinen planung her ist es halt wichtig solche dinge auch mit zu beachten wenn der markt allerdings gleich wieder an stärke zunimmt wäre das sehr gut dass wir hier wieder über die 1800 11.800 punkte drüber laufen und nach oben hin hätten wir dann hier die wichtige marke von 12.000 punkten also wir werden mal sehen was wir hier als weg des geringsten widerstandes entsprechend auch haben häufig ist der weg des geringsten widerstands ja der des größten schmerzes also wir werden mal sehen was der markt hier draus macht wenn wir uns das ganze in der stunde anschauen dann sehen wir halt hier diesen sehr sehr starken schub nach oben hier dieses korrekturmuster wurde nach oben nicht wirklich rausgenommen da ist der markt quasi versiegt und das ganze wurde nach unten gebrochen jetzt kommt es halt hier drauf an wenn man das mal so sieht rein technisch gesehen sind wir hier unten schon mal drunter angepiekst also rein technisch gesehen ist jetzt hier ein abwärtstrend vorhanden man muss aber erst mal sehen ob das teil wirklich bestätigt wird oder nicht weil dieses level was wir hier haben diese marke hier unten in diesem bereich das sehen wir halt ist halt auch ein support bereich ist der markt oben drüber ausgebrochen wo wir dann auch schön noch mal nach oben gelaufen sind das heißt wir hatten hier lange zeit dieses getingel und das hier war dann die marke diese marke beziehungsweise der bereich um hier diesen hochbereich hier das sind dann die widerstandsbereiche jetzt beziehungsweise unten unterstützung hier oben widerstand aber es ist halt ein bereich ein drehpunkt und wenn der markt hier dann sich fängt und wieder drüber läuft wäre das positiv zu sehen also das heißt was wir hier sehen könnten wäre sozusagen hier ein hochlauf dann haben wir jetzt hier den runterlauf wir sind ja schon mal kurz drunter gelaufen aber wenn wir wieder nach oben laufen dann sehen wir das halt für die kurzfristigen trader in den kleinen zeiteinheiten interessant dass der markt hier schön nach oben läuft und das doch hochinteressant das ist übrigens auch genau das was man gestern im s&p 500 schön umsetzen konnte ich habe mich gestern ein bisschen geärgert das kam zu spät ich hatte einen termin am abend ich konnte da leider nicht mehr neben dem rechner sitzen aber wenn wir uns den s&p 500 noch mal anschauen das hier habe ich gestern alles schön beobachtet alles nach unten gelaufen habe wirklich daneben gesessen Sascha guten morgen und habe auf die umkehr gewartet weil was war für mich interessant und wichtiger bereich hier an dieser stelle an dieser stelle war für mich halt einfach wichtig zu sehen was macht denn der markt hier wir hatten ja hier entsprechend support bereich hier wenn wir uns mal anschauen das war so ein bisschen der ausbruchs bereich wo man dann reingelaufen sind und hier unten kam dann halt die umkehr und das konnte man halt schön in den fünf minuten auch treten das heißt hier an dieser stelle wo jetzt muss ich mal kurz rüber gehen minus hier unten da kam das was mich interessiert hat hier dieser abprall diese trend bildung dieser aufwärts trend bildung das war das was mich geärgert hat dass ich nicht mehr mitnehmen konnte aber so what das ist nun mal so man kann ja sein leben nicht an die börse knüpfen das ganze hätte auch gar nicht kommen müssen von der seite her ist es wie es ist aber das so sieht das szenario aus wenn der markt dreht in den kleinen zeiteinheiten und das ist sehr sehr interessant wenn man es kurzfristig traden will das spart das macht halt wirklich spaß und man konnte hier halt auch schön sehen die märkte die marken wo der markt ran laufen konnte was dann halt entsprechend auch noch da war das macht halt spaß das ganze zu beobachten und dann entsprechend auch im trade umzusetzen das mal im blick schauen sie mal auf den dax wenn sie es live begleiten können was der heute hier macht ob sich eine ähnliche situation ergibt an bestimmten punkten und dann schauen wir mal was man da in dieser richtung auch als trade zusammenbringen können von der stelle her ganz lieben dank für ihre aufmerksamkeit ich wünsche allen einen schönen erfolgreichen trading tag und morgen sehen wir uns dann wieder im webinar da gibt es dann neben den handelsideen wie jede woche freitag das thema nachrichtenvorschau für die nächste woche wir sprechen über die großen indizes das heißt wir machen wieder die große allgemeine chartanalyse der großen indizes und wir werden entsprechend morgen hier auch über die psychologie ein bisschen sprechen das heißt wir schauen einfach mal aus jetziger sicht was die psychologischen knackpunkte sind und wie wir das ganze hier entsprechend gut mit lösen können also bis dahin eine gute zeit bis morgen tschüss hier maxseil